jetzt dreht das noch mal komisch ist dass ich ne warte ich habe eine idee wir machen das von unten nach oben du drehst quasi das unterste richtig dann das mittlere und dann dann geh mal ganz nach unten ganz nach unten bitte ja ich würde jetzt mal in sicherheit gehen doch ist das eine scheiße ich fürchte nur das dreht sich auch mit ich glaube nicht doch mal das bild von der frau vorhin schon richtig hatte ne das ist falsch mal lassen wir da oben auch noch aus das ist richtig so das ist auch richtig vielleicht haben wir ja glück und das darunter dreht sich dann nicht mit aber muss es eigentlich ne ja gut eins ist fertig nein du musst beide aktivieren beide andere genau ne andere seite da und jetzt also die frau ist schon mal fertig da kannst du jetzt gehen ja ja ich weiß die frau ist schon mal fertig da kannst du jetzt gehen und Blötchen vonlassen ließe ja klappt doch ich bin doch auf der mittleren Platz im Moment verstellen auch wunderbar da hättest du ja auch gemacht ne komm spür euch weiter ich habe die ganze zeit gespielt jetzt kannst du auch mal na komm das war da oben da oben ist da oben ist kurz schwarz ne schatten zwei schatten Ich glaube, du stirbst, wenn du da reinspringst. Jetzt kannst du so machen. The Math Doctor Part 2. Wunderbar. Ich kann mich bewegen. Sieht ja ein... Was auch immer das gerade war... Es war sehr seltsam, also das muss man zugeben. Aber ich meine, egal, wir sind im Leben durchgekommen. Die sind nicht in zwei Hälften geteilt worden, also... Was will man mehr, ne? Ich glaube, wir sind in zwei Hälften, also... Wir sind in zwei Hälften, also... Wir sind in zwei Hälften. Guck mal, da ist was in der, wie ist das, wenn du da in der Mitte durchgehst? Ach, da ist eine Statue. Musst du die auflösen? Ich habe das gerade nicht gelesen. Ach so. Du sollst meine Bibliothek restaurieren und nicht demolieren. Ach, guck mal da unten. Füll das mal aus, bitte. Jetzt sind wir nämlich die Geister los. Wunderbar, das ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. Ja. 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 Ja, klingt auch nach einem guten Auftrag. Ja. Da ist ein Loch drin. Du bist ein Held, lass dich doch nicht einquetschen. Ich dachte, man kann da durchhüpfen. Naja, ich glaube, du musst da eher durchschießen. Aber ich würde aufpassen, weil jedes Mal, wenn du stirbst, musst du die Sachen neu machen, ne? Weißt du das? Ja. Gut. Das wäre ziemlich ätzend, wenn wir jetzt fünfmal das Gleiche machen. Nee, die brauche ich jetzt nochmal so. Ja. Es geht immer links einfach lang. Na gut, die wäre ja nicht gecruncht. So, du hast ja jetzt die Aufträge schon bekommen. Du bist ein Held. Nö. Es klappt 1a. Also... Machen wir da gleich schon ein Loch in die Wand. Genau. Du kannst dann am Borsten setzen. Ja, oder so reparieren einfach. Au. Ja, oder so reparieren einfach. Au. Du kannst dich da nur nicht wieder einquetschen, ne? Naja. Ja, machen wir das doch, ne? Ja, natürlich. Warte, ich will auch so eine Bibliothek haben. Wie geil wäre denn das? Und nicht kaputt machen. Die schönen Bücherregale. Ich kann da gucken, ob da was hinter ist. Muss ja auch sagen, trotz dass es so viele E-Books und sowas gibt, ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Ich weiß nicht, ich brauche so ein Buch in der Hand. Oh nein. Der war ja super gut hier. Guck mal, da war ich zum Fliegen nicht gut. Ja, ich wusste es. Warte, 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 bleib da. Und jetzt spring mal auf das Bücherregal schräg hinter dir. Ne, links. Genau auf das. Wo du jetzt hinguckst. Und dann wirst du nicht eingequetscht und kannst dich um den Totenkopf kümmern. Muss auch hoch springen. Scheint doch nicht zu werden. Ich glaube, du musst da wirklich... Merk mir doch nicht so ein Schrecken ein. Spring. Ich glaube, du musst da dran drehen. Spring. Fang das Buch. Ja. 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 Ich glaube, du hast es getroffen, ne? Wunderbar. Guck mal rechts. Kannst du lang gehen. Ja. Ich weiß nicht, wie man den Ton kommt gleich. Ja, ja. Ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, wie man den Ton hat. Ja. 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 Mü Secretary. Du mir den Gefallen, man stirb noch nicht. Eigentlich ziemlich creepy, ne? Jetzt guck mal nach links. Du kannst, glaube ich, die Einrichtung da halb kaputt machen. Ja, will ich auch. Weil der meinte gerade irgendwas von, oh, eine Tür. Guck mal, ob da was ist. Ja, komm, lass einfach, da ist nichts mehr. Ich konnte vorhin irgendwas hier machen. Ja, du konntest das Ding vorhin ansprechen, die Büste. Ja, das meinte der mit Tür. Yeee! Guck mal, ob du noch eins von den Bildern findest, weil dann können wir die noch eben schnell richtig hinpacken. Irgendwie... Na, egal, komm. Das ist jetzt unwichtig. Wo wir uns hier jetzt einen Ast suchen und womöglich nochmal drauf gehen. Das wäre nämlich ziemlich ärgerlich. Ja. Magst du nicht mehr? Na, spiel da noch ein bisschen. Nee, wieso? Mach das so gut. Nee. Ach, auf einmal. Tada! Sabber ist dein Auftrag. Du hast dein letztes Mal auch so gut plattgekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der funktioniert. Der macht den Mund auf und du musst ihn vollhauen. Hä? Tada! Ich kann zaubern. Siehst du, hast du gut gemacht. So, dann kehren wir jetzt noch zu dem Typen zurück und dann geht's ab. Pause. Balsa! Bansa! Balsa! 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 Ach. Ich finde den hübsch. Spin, spin. Oh, die macht mir auch. Die auch. Irgendwie sind die süß. Aber jetzt einfach mal auf dem Kopf stehen und guck, was passiert. Ha, Filmrolle, ich wusste es. Ha, ha, ha! Ich mag Sklette, Sklette sind cool. Ja, ich möchte den Ballseil bitte betreten. Ach, da ist die Orgel von denen, die gesprochen haben. Oh Gott, die sieht aus. Wieso ist das so voll einladend? Ich mache jetzt aber trotzdem eine Pause. Glückwunsch. Jop. Vielen Dank.